hallo da bin ich wieder zurück mit among the sleep und hallo 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 ja geradeaus und rechts ja geradeaus und rechts wir versuchen jetzt hier dieses komische klavier oder diese leiter oder was es ist dadurch zu kriegen um an den stern zu kommen was guckst du so geradeaus und rechts aber da sind schritte da da ist nichts was ist das akuma ball ball medizinball ach du blöde so okay ja kann ich denn die medizinball mitnehmen ja weiß ich nicht zu ja weil da stand irgendwas mit oder muss ich daran ja fast immer an ja guck mal lockt das ganze anfassen oder das ist aber eine lampe ist doch eine lampe ja ich glaube nichts machen drehen um wie kommst du jetzt entlang darüber darüber ja wie das ist da unten kann ich glaube ich nicht oder oder doch oder doch mal versuchen meinst du kann ich nicht da wieder hochklettern ach mal nee ich glaube die stange die kreise darüber doch ich glaube schon ich versuche das jetzt einfach mal oh gott oder doch nicht klemmt sie wieder ja ja sie klemmt wieder aber ich habe angst ich will da nicht runter weil jetzt kommt doch irgendwas oder nein was sie denn ist die noch da nein die ist schon lange weg jetzt schnell hoch links krabbel hier im und dann ja was wir gemacht haben wir haben das vorbereitet jetzt ist dieses komische ding da wir müssen nicht bis jetzt da nein hallo lauf doch oh gott ist da wer vielleicht ist da ja auch gar keiner schnell schnell hör auf jetzt hör auf das geht gar nicht oh mein gott ah sehr gut spring da rauf was das für ein komisches ding ist das konzipiert wurde nach man weiß es nicht was ist das da oben ich falle unter einem tisch mit einem klops was ist das egal oh eine falltür nein kannst du rein was ist das unter einem tisch irgendwas da geht es auch weiter was da ich weiß nicht wenn ich jetzt hier runter gehe komme ich dann wieder kann ich mich da drin verstecken das ist ja irgendwie gefährlich daran aus ja irgendwie ja da geht es auch weiter solche dinge sind immer gut da kann sich verstecken in solchen sachen alter macht man den teddy an ja da ist was guck mal ein bild schön ich will ja nicht sagen wie das aussieht aber das sieht irgendwie er kotzt ein kotzenes kind ja wie auch immer äh gehen wir weiter geradeaus geht nicht oder doch ach kannst du rausschieben ich kann sie aufmachen oh gott hier dreht sich der raum ach hier dreht sich der raum warte mal der raum hat sich gedreht wenn ich jetzt tot bin ich ja runter fallen bestimmt egal spring mal runter nein spring nicht runter oh gott ne da bin ich ja sowas von tot ne ach das brauchen wir bestimmt noch irgendwie aber jetzt ist er wieder normal gedreht hä wo warst du denn gerade da äh irgendwie weiß ich nicht irgendwie dahinter hier ja und hier konnte ich so runter gucken so war oben was ist wenn ich jetzt so gehe geht nicht schade du musst doch nicht spiderman oh guck mal das ist die küche ja da oben ist der stern na geil muss ihn auch wieder runter schmeißen wahrscheinlich nimm mal irgendwie so einen apfel da oben na aber ich kann doch da bestimmt hochklettern meinst du nicht irgendwas rausholen wieder soll ich mal teddy anmachen ja ne ja das ist immer gut so hier kann ich mich verstecken brauchst du nicht man weiß ja nie ah 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 Tür zu Tür zu nein brauchst du nicht hey sicher ah so geh mal jetzt da hoch f oh da 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 oh aha ah ah guck mal hier auch da kannst du auch rauf schön in den spülkasten rein kannst du doch jetzt hoch oh ah ah ne hier ok ah siehste jetzt schmeißt du so einen apfel da gegen den stern ja so wie war das man muss mit rechts ne ja das ist einfach ah schnell runa ah rein da ah mach zu mach zu ich kann nicht keine ahnung es ist es blockiert es blockiert schreihals hab ich geschrien ja wo ist er hingefallen ja geh erstmal wieder raus da ist er geh doch weg ihr blöden teller man was ist denn da das ist alles zu mir oh oh gott das ist scheiße na danke das hat ja alles die schubladen hier aufgesprungen ok ähm jetzt haben wir den stern da ja ich hab Angst brauchst du nicht da passiert nichts ha 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 oh nein wie ne doch da hinten ja und äh hallo Was denn? Ja, wie komm ich da jetzt wieder runter? Äh... Hä? Da! Wo ist denn jetzt? Wo ist denn diese... Ja, das ist weg! Scheiß! Ich meine, hier hat er schon wieder. Na nun? Ja, ich weiß nicht. Wo ist das Ding hin? Ja... Hallo? Verhältnis ist schon wieder... Hm. Ja, da musst du wieder zurück. Meinst du? Ja, anderen Weg. Da gibt es irgendwie einen anderen Weg. Oh nein... So, gucken wir mal kurz, kann man hier rein? Nein. Nee. Äh... Da? Nee. Nee? Hier? Ja. Das sieht doch irgendwie anders aus. Ja, da kannst du das nicht mehr rein. Oh, warte mal. Oh, hier speichert er auch schon wieder. Ja, jetzt links hoch. Rechts. Zack. Da rüber. Ah! Da ist nix. Nee? Nee. Grundsätzlich ist da überall nichts. Ja! Aber grundsätzlich kann man auch mal ganz schnell sterben. Ups. Achso, falsch rum. Oh, was ist das denn? Oh, oh, oh. Irgendjemand will mich fangen. Da steht das. Irgendjemand will mich fangen. Stand da. Ist auch noch ein Bild. Da ist nix. Hallo, lass mich rein. Zu. Was ist das auf dem Bild? Zu. Da ist nix. Nee? Na gut. Guck, da. Da will mich wer fangen. Oh, da oben auch. Scheiß. Oh nein, guck mal. Ja. Oh nein. Dann müssen wir wieder weglaufen. Was? Kommt da jemand? Mach doch einfach jetzt die Tür auf. Oh, ich war in der Tür. Na super. Ah, siehst du den Mussel an? Das ist gut. Da, traurig. Fahrstuhl. Keine Ahnung. Was das heißen soll. Na super. Das hier? Ist das hier gemeint? Ja, nee. Schrank? Ja. Ja. Geil. Okay. Kommst du nicht durch? Wieder zurück. Ich glaube jetzt kommt sie. Oh. Scheiße. Okay. Nein, von da nicht. Nein, von da nicht. Nein, ist sie da. Okay. Mach mal wieder auf. Oh, ich hab voll Angst. Wenn, dann gehst du unter den Tisch. Meinst du, ich bin da sicher? Ja. Soll ich mal versuchen? Ja. Aufsache du machst irgendwas. Ah, du. Okay, da kann ich mich auch verstecken. Hier so. Ja. Gut. Was ist das denn für ein Qualm? The Smoking Babies. Keine Ahnung. Oh shit. Links. Da. Oh shit. Das ist doch gar nix. Oh Gott. Das ist so still. Oh nein. Hä? Da ist auch wieder irgendwas, das wir nicht umschmeißen müssen. Kann ich mich hier verstecken? Da muss ich... Ja, da ist es super. Okay, das geht auf jeden Fall auch. Was ist da drüben? Nee, da musst du nicht hin. Doch guck mal, da ist irgendwas. Ja, da musst du aber nicht hin. Meinst du nicht? Nee. Nee. Ja, links, da wo es rot läutet. Ja, ja. Ich weiß, da kann ich ja sowieso nicht lang, aber... Geh mal lieber. Das schmeißt du bestimmt um, jetzt kommt gleich hier die Troller. Egal, durch. Von wo? Nein. Ducken, ducken. Ah, hier, den kann ich wieder schieben. Ich schmeiß das jetzt um erstmal, ja? Renn durch. Meinst du? Vielleicht muss ich es ja auch gar nicht umschmeißen. Scheiße! Ah! Ah! Scheiße! Ah! Ah! Oh Gott, er sieht nicht! Nein, er sieht nicht! Ah! 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 Ist das jetzt wieder da? Nee! Weiß ich nicht! Ich werde doch hier alles umschmeißen! Ja, dann beeil dich einfach! Wo soll ich denn dann hin? Ah! Okay! Ich laufe! Okay! Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da kann ich mich auch verstecken! Alter, was ist das für ein Labyrinth da? Da kann ich mich vielleicht auch verstecken! Soll ich da mal rein? Nee, lass das sein! Geh mal da! Das ist doch nur zum Verstecken! Oh Gott, wie schrecklich! Falls die Trulla kommt! Hier kann ich auch rein, ne? Ja? Oder geht's hier sogar weiter? Was ist das denn? Ach du Scheiße! Sag weiter, ey! Wo musst du denn da hin? Was ist das denn? Ah! Muss ich weg? Nein! Wieso? Warum fliegt der Stuhl? Was soll das denn? Mach mal den Regal! Da ist nix! Da muss er nicht hin! Oh Gott! Ich hab schon was Gänsehaut, ey! Oh, guck mal! Links! Mutter, Vater! Irgendjemand hat uns verlassen! Ja, egal! Ja, ja! Ja, aber ich will ja die Story wissen! Ja, das ist... Briefkastenruhe? Keine Ahnung! Hier geht's auch nicht! Ah! Da, schnell! Weg! Ah! Da kommt jemand! Oder? Rarararara! Rararara! Okay, raus! Rechts! War ich da schon drinnen? Ich such doch noch diese... Was? War da was? Ja, da war was! Diese ganzen Flaschen! Attacke! Alkoholiker? Alkoholiker? Ich nicht! Nee, du nicht! Aber... Hier komm ich nicht rein! Ups! Ja, das sind alles Versteckmöglichkeiten! Da musst du nicht... Jetzt geht doch mal einfach... Kader aus! Jetzt links! Komplett da! Lang! So, krabbeln! Kann ich mich da drunter verstecken? Ich werd das gleich... Irgendwas werd ich gleich umschmeißen! Ja, da hat die Flasche! Guck schon mal, wo du denn... Ah, da kommt... Wo kommt einer? Ich weiß nicht! Was machst du da? Ich versuch reinzukommen! Geh... Jetzt wieder raus! Wieder links! Ja, ich weiß! Ich hab doch so Angst! Da ist ein Tisch! Tisch ist gut! Da kannst du doch immer runter! Ja! Okay! Hier muss ich gar nicht rein! Aber vielleicht find ich doch noch so ne komische Spieluhr! Was ist da denn? Geht's hier weiter? Nein! Sicher? Ja, vielleicht doch! Oh! Ah! Hier geht's aber runter! Die Abkürzung ist genau selbe Weg, als wenn du links gegangen wärst, glaub ich! Nee! Da ist ein Loch! So! Okay, so! Da muss ich dann... Unter den Tisch würd ich gehen! Ja! Soll ich hier mal was umschmeißen? Muss du sowieso! Okay! Das war gut! Ich pass noch mehr um! Aha! Okay, der kommt nur einmal vorbei immer! Der Vogel! Oder? Schmeißt du das noch mal um? Okay! Da! Ah! Ah! Stark ist gut! Ich weiß nicht! Wer ist eh überhaupt der dieser... Ich weiß es nicht! Da ist schon gleich! Guck mal! Ah! Tisch! Das ist gut! Okay! Okay! Da! Rechts! Boah, uns ist irgendwas ganz blödes passiert! Oder geht's da lang? Nein! Nein! Da! Ja! Okay! Da ist gut! Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Ich weiß gar nicht! So! Ich glaub wir machen mal eine Pause! Schwier? Nicht? Nee! Ich glaub ja, oder? Ich hab nicht auf die Zeit geguckt! Ich dachte du hast geguckt! Geh noch mal ein Stück weiter! Ja! Okay! Oh no! Okay! Warte, tu mal ausgefasst! Mach ich jetzt ne Pause! Ja, wir machen jetzt ne Pause! Ich weiß ja nicht, was ich dann gleich machen muss! Spannend! Ja! Okay! Ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge! Ich bin total gespannt! Und bis dann! Ciao! Tschö! Bis dann!